Was geht meine lieben Freunde und was war das gerade? Was geht meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Ich mache doch ein Part, habe ich gedacht. Ich habe noch ein bisschen extra Zeit heute gehabt und habe gedacht, yo, ich hocke mich jetzt hier am PC und nehme für euch noch den Part für den Sonntag auf, dass auch nicht der YouTube-Algorithmus meinen Kanal komplett kaputt fickt. Genau. Ich werde diesmal meine Audiospur separat mit OBS aufnehmen. Vorher habe ich das mit Audacity gemacht und ich habe so die leise Vermutung, dass das vielleicht sogar besser rauskommt. Wir werden sehen. Wir werden alles im Nachhinein sehen. Prost. So. Haben wir irgendeine Aufgabe eigentlich? Jo, da müssen wir hin. Kehren sie zu Ricardo zurück. Nein! Das Alien ist da. Als ob ich das jetzt gebrauchen könnte. Notfall-Situation. Geben sie zum nächsten Evakuierungspunkt. Äh, die Tür. Die Tür war ja offen. Das hätte locker hier reinkommen können. Warte, wo muss ich hin? Okay, okay. Also zu Ricardo. Komm, hau ab. Lauf, lauf, lauf zu Ricardo. Da schießt einer auf mich. Ähm. Hm. Oh, das war knapp. Der hat mich fast rumgebracht. Okay. Ähm. Natürlich fehlt uns was für ein Medikit. Ist ja klar. Was fehlt uns? Komponente B. Okay. Scheiße. Ähm. Okay. Eigentlich nur noch geradeaus. Ich wette mit euch, der Ricardo stirbt. Wir gehen zu dem hin. Und der wird umgelegt. Von dem Alien. Wo ist das? Was? 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 Wo ist denn das? Das ist doch jetzt 100% irgendwo runtergekommen. Oder das sollte nur so symbolisieren. So im Motto, hey, ich bin jetzt im selben Stockwerk wie du. Dass uns das nachgelaufen ist, weil wir ja mit dem Aufzug hier hoch sind. Das kann natürlich auch sein. Riccardo? Nein. Ein Facehugger. Riccardo. Oh nein. Scheiße. Okay. Okay. Es ist hier. Wo muss ich als nächstes hin? Finden sie einen Weg zum Solomons Habitat. Ich probiere es mal hier lang. Wir brauchen unbedingt Komponente B, damit wir uns ein Medi-Kit basteln können. Als ob jetzt plötzlich einfach so Musik kommt. Was haben wir hier drin? Okay, erstmal können wir da nachladen. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ich noch irgendwas bausten kann, um wenigstens ein bisschen Materialien zu verbrauchen. Blendgranate, EMP. Rauchgranate, Leuchtfackel. Das bringt mir alles nicht so wirklich was. Okay, ich mache eine EMP-Mine. Weil wir vielleicht, 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 vielleicht begegnen wir noch Androiden. Wir wissen es nicht. Es gibt Leute, die munkeln das. Ah, na super. Jetzt brauche ich noch mehr Sachen. Scheiße. Was haben wir? Eine Impfpistole und Komponente B. Och Mann. Ich habe fast keine Leben mehr. Wieso komme ich da nicht rein? Was soll denn das? Wieso gesperrt? Die Musik ist ja richtig kopfwickend. Warte mal. Aha, 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 okay. Uh. Nix da. Auf einmal ist es hier unten. Was soll denn das? Komm. Geh. Geh. Hau ab. Verschwinde. Ich jag das Vieh. Okay, lass mal speichern. Mach schon. Okay, warte, 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 warte. Das ist richtig. Wir müssen hier die Treppe runter. Los. Oh nein. Ich glaube, ich habe was gehört. Der wäre weg. Oh. Nein, 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 nein. Du Bastard. Oh. Die Musik. Also entweder macht die wirklich, dass man das nicht hört, wenn das Alien runterkommt. Ah, die. Ah, der hat mich richtig erwischt, Mann. Okay, warte, jetzt müssen wir echt schnell reagieren. Wir machen das so. Nein. Oh, oh. Oh. Da ist es. Bitte schnapp dir doch die Menschen, die da eben gerade unten umgelaufen sind. Ja, schnapp dir die, bitte schnapp dir die, schnapp dir die. Als ob der jetzt einfach abhaut. Das ist so ein Aua. Das ist sicher nett. Was war denn das für ein Scheiß? Der guckt den nur so an. So, nein. Und das Alien hört einfach wieder ab. Ah, ich habe es. Das Alien hat so gesagt. Oh nein. Der Soldat. Bist du behindert, Alter? Oh, shit. Ah, was war der rechte Maustast oder der linke Maustast zum Atem anhalten? Ich habe es nicht mehr sehen können. Ah. Warte, ich probiere es jetzt nochmal. Hat das noch jemand gehört? Los. Rein hier. Es kommt. Ich glaube, das war rechte Maustaste gedrückt halten zum Atem anhalten. Guck hier jetzt. Oh, jetzt hat er ihn erwischt. Nice. Gut, den sind wir los. Äh. Okay. Ich glaube, der ist richtig geil auf uns, habe ich das Gefühl. Flammenwerfer. Nein. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh. Mein Herz stirbt langsam. Mann. Also, ich nehme die Pumpgun unten für den. Das dauert mir zu lang. Zu warten, bis das Alien kommt. Bam. Der ist weg. Jetzt warten, bis das Alien kommt. Ein ganz klein wenig Geduld haben. Da ist es auch schon. Oh. 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 Da waren Menschen da hinten. Schnapp sie dir. Er macht es nicht. Okay. 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 Die laden wir nach. Ah, das ist eine Sackgasse. Scheiße. Hä? Was bringt das denn? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Was kann ich denn hier machen? Schneller, schneller. Los. Oh nein. Es kommt. Rein da. Los. Nein. Oh, okay. Jetzt bin ich runtergefallen. Okay. Wo bin ich hier gelandet? Kann das Alien hier raus? Nix. Als ob das hier rein kann. Ich kann immer noch nichts mit Medik... Oh. Ich dachte, ich kriege hier ein paar Sachen, um Medikits herzustellen. Aber bringt nichts. Okay, wartet mal. Es... Nein. Nicht der Typ. Wo ist das? Oh. Oh. Was hat der mich erschreckt jetzt schon wieder? Mann. Also nochmal. Den da unten, den legen wir so um. Mit meiner Pumpgang. Scheiße. 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 Ich glaube, der gibt langsam richtig einen Fick auf uns. Oh. Oh. Ja, als ob da so viele sind. Nein. Okay, okay. Das war echt dumm jetzt von mir. Ich meine, ich bin da durchgerannt wie von einer Hornisse gestochen. Da waren ja mindestens jetzt so fünf, sechs Marines. Ich muss das... Vor allem, ich muss mir die Munition vom Flammenwerfer eigentlich wirklich aufheben. Für das Alien. Ne? Also wirklich taktisch ein bisschen vorgehen. Einen nach dem anderen. So, einmal. Jetzt kurz warten. Okay. Okay, es ist da hinten hochgegangen. Ich habe es gesehen. Jetzt machen wir es genau gleich wieder. Ich mache da das Ding auf und gehe in das Rohr rein. Ich hoffe, wir schaffen das. Zeitlich. Aber das haben wir vorhin auch. Komm schon. Oh nein, ich höre die Schritte. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, perfekt. Runter. Jetzt dürfen wir einfach nicht wieder so einen Krach machen wie eben gerade. Wir brauchen Unbe... Uh, du Wichser. Von wo kam denn der jetzt, Mann? Wer rechnet denn damit? Ach, Mann. Mein Gott. Nein! Ich habe doch gedrückt. Mann! Nein, was stand denn da? Fünf, was? Los! Oh nein! Ach, du! Shit! Nein! Oh, dieser Scheiß-Cam. Nein, da hinten! Ach, Mann! Ach! Nein! Ach, das war so gut gewesen, der Run. Der war so gut. Ah! Wobei, ich könnte echt probieren, mal durchzurennen, mal durchzurennen. Ohne Scheiß. Ich meine, das Alien, das kreift ja sowieso die ganzen Marines unterwegs an. Ich probiere das jetzt mal mit dem Russian. Los! Die lassen wir ganz in Ruhe. Aua! Aua! Okay, hier scheint ich eigentlich relativ sicher zu sein. Zeig mal, der könnte hier eine Abkürzung, es könnte hier eine Abkürzung sein. Ich hoffe jetzt nur, dass das Alien nicht, oder dass die Marines nachgelaufen kommen. Ich muss schnell machen. Okay, das Alien ist hier. Scheiße. Mach, 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 bitte mach, mach, mach. Mach! Bitte geht's nach... Okay. Wir kommen hier echt nach links rum. Zeig mal. Ey, bitte, wenn das eine Abkürzung dahin wäre, das wäre super. 15 Minuten nehme ich jetzt schon auf. Wo geht's hier hin? Zeig mal. Ich könnte auch... Nee, das ist besser hier. Nee, das muss ich mir nicht anhören. Natürlich habe ich nichts, um ein Dings Medikit herzustellen, ne? Nein, natürlich auch nicht. Woher auch? Okay. Mann! Ich komme hier nicht raus, das ist eine Sackgasse. Und ich bin sowas von One-Shot. Und ich bin sowas von One-Shot. Aber das war gar nicht so schlecht, dass wir jetzt hier durchgelaufen sind. Dann laufen wir jetzt hier durch den Lüftungs... Ist zwar... Wart mal. Komm schon, mach auf. Bitte steh jetzt nicht genau vor uns. Geh wieder zurück. Okay, wo sind wir jetzt? Theoretisch ist es nicht mehr so weit, wenn hier jetzt nicht noch alles voller Marines ist. Warte, 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 warte. Nochmal rein, bitte. Es ist links, ne? Es ist da vor uns im Raum. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte sind hier nicht noch Typen. Warte. Nee, wir müssen hier. Komm schon. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Shit. Hey. Der Part geht schon wieder viel zu lang. Viel, viel, viel zu lang. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle viel, viel mal fürs Zusehen. Oder soll ich... Soll ich schon aufhören? Wenn ich das alles schneide, ist das, glaube ich, noch gar nicht so lang. Lasst uns noch mal ein kurzes Stück weiterspielen. Nee. Hier... Hier sind noch mehr Leute. Hier Marines und so. Und wir sind One-Shot, Alter. One-Shot sind wir. Ich beende den Part hier. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr seid morgen beim nächsten Part auch dabei. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Euer Nier und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.